Dialog 2 Moin, äh, eist Aurelia und Erdmädchen schängen sich gut zu verstehen. Ah, moin, d'Aurelias Erdmädchen. Tschüli schwätzt Dachs von ihm. Sie spielen an der Pause am Schollhof MRC-Summen. Wund ihr schon lang heim? Man ne, rechts hinter der Sommervakanz, also ufang Juli. Dir schwätzt aber scho gut Letzebäuisch. Merci, mir hat ein intensiv Privatstunde für die ganze Familie. Ich brauche Letzebäuisch ab der Abend, aber für Doreli ist es wichtig, direkt an der Schollmädchen zu kommen. Ma, dat stimmt. Me, wann hat vielmädchen zu sehen? Leert hat er doch sehr ja. Geht er doch an der Maison Relais? Ja, dünnstens und dünnstens noch mittels. Er ist sie froh, dass es die Strukturen gibt. Mein Mann an es schaffen allen zwei, dann ist das ganz praktisch. Jo, dat stimmt. Doreli kann auch gerne mal bei jais heimkommen. Mein Gfraunen schaffen nicht all der. Juli geht also nicht all der und Maison Relais. Ja, gute Idee. An Juli kann ja dann ein Kehr du Wigand bei jais kommen.